Dieser VW Polo ist hier zum Verkauf angeboten. Der blaue Kombi ist fünf-türig und bietet Platz für fünf Personen. Der Kilometerstand des Wagens liegt bei unter 191.000 km. Die Kombi bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie elektrische Fensterheber, ABS, Zentralverriegelung, elektrische Wegfahrsperre, Servolenkung und noch vieles mehr. Unter der Haube gibt der Benziner eine Leistung von 101 PS an ein Automatikgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei 8,3 Litern pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen.